Also das ist ein Danke Video und wenn dich interessiert, was das Geschenk mit dieser Schokolade zu tun hat, dann bleib dran! Hallo und willkommen aus der Reini Rothsdorf im Survivor Show bei der Lebensgrund. Schön, dass du dabei bist. Keine Produktvorstellung, wenn du das erwartest, dann schalt bitte gleich aus. Ich will eine kurze Geschichte erzählen und mag Danke sagen für dieses tolle Geschenk. Also, der Cornelius aus Österreich hat bei uns im Shop ein paar Sachen bestellt und ein bisschen eine Schokolade. Und diese Schokolade hätte für seine Frau gehört. So, wir schicken ihm das zu und er bedankt sich für das Paket. Aber die Schokolade hat ganz einfach nicht die Frau erreicht, seine Frau erreicht, sondern die hat er ganz einfach selber genascht. So würde ich das übrigens auch machen, weil nur das selber Essen macht fett. Aber, jetzt hat er uns das geschrieben und seine Frau hat wahrscheinlich mit ihm geschimpft und jetzt hat er schlechtes Gewissen gehabt. Und wir haben gesagt, damit der Ehe-Sägen, der Haus-Sägen nicht schief hängt, schicken wir dir ganz einfach eine nach und haben ihm eine Schokolade nachgeschickt. Und da hat er sich so gefreut und anscheinend seine Frau auch so gefreut, dass sie gesagt hat, du gehst jetzt hinaus mit ihm schmieden, weil er ist Hoppischmied und gar kein Schlechter, wie ich sagen will. Und Max, der Familie Rossmann, also der Manuela und dem Reini, eine Freude. Und das ist rausgekommen dabei. Also das ist wahrscheinlich für die Manuela diese geschmiedete Rose. Echt super, echt schön. Und danke schön, die Manuela hat sich sehr gefreut drüber. Echt super, danke. Dann, wir sind ja vier. Vier in der Familie. Also ich, die Manuela und die zwei Buben. Und da haben wir vier Hufeisen gekriegt. So als Glücksbringer. Passt jetzt ganz einfach gut dazu. Echt schön gemacht. Wirklich toll. Ich freue mich richtig. Und ich schätze, dass das für mich ist. Ha ha ha. Angeschliffen. Ja, das ist auch gut angeschliffen. Und vorne ein Spitz drauf. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich damit zertrümmern werde. Aber irgendwas werde ich zertrümmern. Das ist voll super. Da freue ich mich jesinnig drüber. Danke. Schöne Grüße Cornelius, auch an deine Frau. Danke für diese tollen Geschenke. Ja, das wollte ich ganz einfach teilen. Kurzes Video. Ich sage Danke für dich, dass du da jetzt ganz einfach angeschaut hast, was ich geschenkt gekriegt habe. Ja, das war's. Abo, paar andere Videos zum Anschauen. Bis bald, dein Reini Rossmann und Ciao. Bis bald! Das war's. Tja, Tja. Das war's. Bis bald.